Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Dead by Daylight zusammen mit Solnes und den heiligen Baum. Wir haben wieder Bärenfallen. Leute, wir haben wieder Bärenfallen, wir haben wieder Bärenfallen, wir haben wieder Bärenfallen. Da ist eine Bärenfalle. Während wohin, wenn der Killer jetzt kommt? Das Problem ist, Leute, Tote und Smaren, vielleicht ist der gleiche wie letztes Mal. Wo ist die Taschenlampe? Also ich bin da, wo man aus diesem Loch da unten kommt, wo man da so hochgehen kann. Ja, ja. Also wie gesagt, fleißig Totems machen, weil es könnte der gleiche sein. Ich hab Angst. Halt die Fresse, Hund! So leide gelohnt sich. Ich glaub, ihr seid direkt über mir, kann das sein? Ja, der Killer kommt jetzt auch. Oh, er ist bei dir! Oh, er ist bei dir. Da ist ja gut, dass ich runtergesprungen bin. Ich bin genau auf den Killer draufgesprungen. So, in your face. Dann ist ja gut, dass ich nicht runtergekommen bin. Ja, es war, hab ich mich grad auch gelobt, dass ich noch gewartet habe. Weil mich trennen die ganze Zeit hinter. Ich dachte, der ist bei uns, ne? Oh Barry, oben ist noch einer. Bist du noch da? Ja, ja, oben sind zwei. Ich bin grad auf das Ohrbau. Das ist ein Creepster, ey. Und ein Berg von mir. Ich bin unten. Wer auch uneins hier oben ist, kann er auch nehmen? Das find ich. Und nein, tu ich nicht. Ich weiß grad über die Palette, sorry. Ich kann hier nur lang, hier müsste ich eine ducken. Ach ne, das ist immer noch Barry. Oh, hier ist der Sack, ist der Scheiße. Seid ihr oben oder unten? Seid ihr oben. Oh Gott, das ist anders. Dann soll ich ihn entfernen. Ich glaub, ich und Sal sitzen grad oben jeweils an anderem Generator und... Ja, ich bin fertig. Ja, ich bin fertig. Ja, bestimmt. Da wird ihr ne ganze Weile nachgerannt. Ich glaub, ich wollt den blenden, aber du warst... Versteck dich lieber und hol sie dann. Okay Barry, dann zieh deinen Generator durch, dann kann ich mit runtergehen. Oh, weil... Dann stell ich hier genau ne Falle im Eingang. Okay, mach ich. Das ist derselbe Killer, der hat wieder das Eddon, Leute. Leute, wir brauchen dringend Totems. Also wenn ihr einen Toten seht, macht das bitte. Ja, ich seh den. Ness, sag ich kommen, Sal. Ich bin aber noch netter. Ness, sag. Wie? Aber ich renne den, pass auf, da liegt der Falle. Okay, er ist bei mir, ist bei mir, alles gut, ihr habt Zeit. Komm. Und sie weg auf es. Okay, dann mach ihr den Totem. Ah, ich hab ja... Ey, danke, da raus. Ich hab nämlich keinen... Oh, ich hab nämlich keinen, äh, Setzahle möglich gemacht. Aber irgendwie ist er wieder weg von mir. Also ein Medikid. Ratsch, du weißt doch, wo du runtergezogen bist, da ist mein Medikid. Ähm, er geht wieder zu euch, glaub ich. Er kommt wieder zu euch. Ja, danke. Wir können dann an meinen Generator wieder gehen. Ich hab ihn gerade da hinten irgendwo da aufgesehen, glaub ich. Der steht genau hier. Ey, er fliegt dann wieder hierher. Okay, wir müssen dringend Totems machen. Ahhhh! Kommt ihr mit in die Bade... Ja, in dieses Badezimmer? Geh mal ein ins Badezimmer. Äh, ja, kann ich machen, wenn oben Loche... Da oben ist immer das Loch. Geh mal den Generator. Okay, ich geh jetzt mal auf Totemsuche. Also ich hab eins gemacht. Ich hab auch eins gemacht. Das Problem ist, ich hab Katastrag des Modus. Okay, also ihr habt jeweils eins gemacht. Ansonst heißt, es sind schon mal... Ansonst heißt, es sind schon... Zwei weg. Ich hab keins gemacht. Ja, zwei. Ach so, gehört man sie. Warte, ich find diese Map so verwirrend. Ich hasse sie. Vor allem, ich kenn ihr... Obwohl, in den kleinen Raum mit der Leiche auf dem Stuhl müsste es auch Totems sein. Ja, aber... Ich bin erstmal oben und schau mich ein bisschen um. Also... Seien und die sind unten. Ach, hier war eins gemacht worden. Oh, oh, dort hinten war der Killer gerade. Und da ist ja hier der Raum. Da ist eigentlich immer ein Totem in der Ecke. Dann schreie ich einfach mal. Ich lauf hier oben grad rum und such's. Ich schärfe mir hier die Palle. Was ist das Gefühl? Die Bitch hat keine Hobbys. Die folgt mir... Meine Killer. Bist du unten oder oben? Ich bin oben. Ach so, okay. Was machst du denn hier? Oh mein Gott, hab ich Glück, dass hier eine Palette war. Ich hab die nicht mal gesehen. Was? Ich bin grad so stolz, dass ich mich in so ne Ecke gehockt hab. Und jetzt kommst du daher. Ähm. Aber ich find ja echt ganz... Ich setz mich jetzt einfach mal in Generator. Das Problem ist, wenn der Typ nöt hat, haben wir ein Problem. Oh. Oh mein Gott, ich will halt immer Blenden, aber du musst halt immer... Ich hab so lange eingedenkt, ich mach das doch. Oh, hier ist einer. Am kleinen Hilfbenehmig mal. Okay. Ja, das bin ich. Warte, ich glaub, der kommt jetzt gleich zu euch. Ich werd genau hinter euch aufgemacht. Ne, er geht hoch, alles gut. Aber ich glaub, er holt noch ne Falle. Ich hab Reparieren auch maximal. Ja, er holt ne Falle, Leute. Der stellt jetzt an... Ja, komm. Oh, der hat doch hundertprozentig nöt. Soll ich kommen? Da stellt doch wieder dieser Banana Milkshake. Oh mein Gott. Warte, Sel, hast du hier Zeit? Ja, ja, hab ich. Ich bin schon neben ihr. Okay, wir müssen jetzt irgendwie das Beste draus machen. Also wir müssen dann rechts draus gehen, Oster. Ich hab den Generator zur Hälfte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das hat ich nicht geschüttet. Okay, Generator dauert doch noch ne Weile. Ach, Baumi. Was machst du denn? Was machst du denn? Verdammte Scheiße. Aber immerhin, hallo, das war Ablenkung. Das war geplant. Das war Ablenkung. So, er hat's sehr gut gemacht. So, opferungsvoll. Ich kann den jetzt aber nicht mehr retten, Leute. Ich bin schon gut. Ja, ich rette. Ich hab ja eh Bock. Ja, ich hab den Generator gleich fertig. Ness, du kannst im Ausgang gehen, wenn du bist. Ja, ich muss erst mal gut treffen. Also, mach jetzt. Ja, müsst ihr gut sagen, weil ich hab Adrenalin. Was an. So, Adrenalin triggert. Ich geh zum Ausgang. Oh Gott, er legt ne Pfanne neben mir. Ich schau mir leider an doch. Ja, ich weiß, er ist es nicht. Kommt euch Henz da. Mach erst mal die Pfanne oder so. Ne, renn einfach weg. Warum triggert Boat Time nie? Ich hasse mein Leben. Doch. Boat Time ist bei mir. Echt? Ey, warte mal. Er hat, er hat kein Ding. Der Punkt ist, leider wurde es doch angeschlagen, oder? Ja, ja. Oh, sehr gut. Versuch hochzukommen, oder? Versuch ihn zu blenden, dann. Oh, wieder Panik umsonst gemacht. Also, wir sind dann beiden. Oh nein, verdammt. Der Ausgang hier ist hoffentlich gleich offen. Ich hab den Ausgang offen. Ja, ja, meiner ist auch offen. Meiner ist auch so ein bisschen offen. Das Problem ist, ich bin jetzt falsch gelaufen und hab's dann nochmal geändert. Das hat irgendwie ein bisschen Zeit geworden. Also, beide Ausgänge sind offen. Okay, ich kann sie retten. Ich bin bei ihrer Nähe, ja. Ich auch. Und er kommt ja zu mir. Ich kann ihn so ein bisschen ablenken. Mit dem ich hier so ein bisschen köderin. Na komm. Na komm, kleiner Killer. Könntest du jetzt eigentlich rennen? Er stellt grad ne Falle. Er kommt grad zu mir. Renn. Hol sie. Hol sie. Wo ist der andere Ausgang? Hier. Hier, komm her. So. Ich hoffe, ich hab ein bisschen Zeit rausgeholt. Da lang? Ja, rechts. Ja, rechts jetzt. Weiter. Aber das solltet ihr eigentlich rausschlappen. Okay, dann dürft ihr mich heilen. Aber vorm Ausgang. Oh, der alte Mann nimmt die Treppen. Ja. Nee, das ist viel für mich die Stufe da. Aber brech, ich will aus den Knöcheln. Nicht nur den Rücken. Sehr schön, Leute. Da 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 da. Okay. Der Baum will noch mal den Killer ein bisschen moppen. Nein, lass nicht. Ich will mal das Gebäude angucken. Oh, ich bin Rang 10, Leute. Mann, sieht das unspektakulär aus. Hä? Was guckst du dir an? Lass ihn? Oh nein, das war nicht der Milchshake. Aber ich bin Level 9. Ich glaub, er hasst uns. Komm, wir gehen raus. Ja. Ja, dann lief die. Ja. Bringt jetzt auch nichts weiter über zuzumommen. Gut. Dann würden wir uns an dieser Stelle jetzt von euch verabschieden. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann bei einer neuen Folge von Dead by Daylight wieder. Habt es eine wundervolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Und bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.